Moin Moin! Ich werde jetzt öfteren gefragt, welche Unternehmen denn meine Top 3, Top 4, Top 10 oder Top 12 sind. Ja, also wenn ich mich jetzt nur auf 11 Aktien begrenzen müsste, dann hätte ich diese 11 ausgewählt. Ich will ja mal in der Reihenfolge mal durchgehen. Also McDonalds, ja Fastfood und der größte Immobilienbesitzer auf der ganzen Welt, kennt jeder. Ein sehr solides Unternehmen gehört meiner Meinung nach in jedes Basis-Depot. Dann Henkel, ein deutsches Unternehmen, Familienunternehmen, stellt Kleber und so weiter her. Also auch sehr solide und die denken nicht kurzfristig, deshalb ist es etwas schwierig bei Henkel, aber die planen sehr, sehr langfristig und das gefällt mir bei Henkel besonders gut und das Unternehmen wird auch sehr gut geführt. Dann kommen wir zum nächsten, das ist PepsiCo. PepsiCo ist nicht nur der Konkurrent von Coca-Cola, nein, die stellen auch derzeit viel um. Und haben auch sehr viel Knabberzeug, ich glaube mittlerweile über 50%, also ich glaube 54-55% des Umsatzes macht Pepsi wirklich mit Knabberzeug, also mit Chips, also zum Beispiel von Lace oder sowas. Damit machen sie mittlerweile ihr Umsatz, also auch für mich auf jeden Fall ein Wert, der in ein Basis-Depot gehört. So, dann ein Technologiewert, Microsoft, auch einer der größten Unternehmen der Welt, kennt auch jeder, Word, Excel, Cloud jetzt ganz, ganz groß dabei. Ja, also auf jeden Fall auch ein Wert, der für mich auf jeden Fall in mein Depot gehört. Dann Procter & Gamble, Konsumgüter, kennt auch jeder wahrscheinlich, zumindest er auch Kinder hat mit Pampers und sowas, ein ganz großer Hersteller. Viele andere Sachen dabei ist derzeit auch wieder gut im Kommen, war vor noch ein, zwei Jahren etwas stagniert mit den Umsätzen. Gewinne wollten nicht mehr so, wie die wollten, also es gab kein großes Wachstum, auch die Fantasie zum Wachstum war einfach nicht da. Deswegen sind die Kurse extrem eingebrochen bei Procter & Gamble, nee, nicht ganz extrem, aber teilweise schon eingebrochen. Ich habe sie damals noch, glaube ich, für 60 Euro, die Aktie, konnte ich noch mir einlegen, glaube ich, vor drei Jahren oder so, vor zwei Jahren. Mittlerweile laufen die schon über 80, 86 Euro und letztens auch gute Quartalszahlen gebracht. Wachstum ist wieder da und ja, das geht wieder voran und einer der größten Konsumhersteller, Procter & Gamble. So, dann 3M, kennt wahrscheinlich auch der eine oder andere Post-its, gibt es, habe jetzt keine liegen, kennt wahrscheinlich der eine oder andere Post-its von dem, aber sehr, sehr große Industrieunternehmen, haben auch sehr, sehr viel Forschung, was sie machen, also sie haben viele Forschungsleute bei sich im Team. Also ein sehr innovatives Unternehmen, 3M, auf jeden Fall für Industrie. Dann ein weiteres europäisches Unternehmen nach Henkel ist Unilever. Ja, produziert auch Eis und weiß der Geil was, also auch Essens, Nahrungsmittel, sind ja auch ganz weit aufgestellt und auch einer meiner Werte, mein Top 3. Also Unilever ist einer meiner Top 3, den will ich auf jeden Fall, hat auch meine Kinder haben Unilever bei sich im Depot liegen. Also das ist ein Wert, auf den ich wirklich nicht verzichten werde und möchte, ein sehr, sehr gut aufgestellt und zudem ein europäisches Unternehmen. Dann kommen wir zum letzten europäischen Unternehmen, das ist Shell aus Großbritannien. Ja, wenn die anderen sagen, ja Öl, weiß ich nicht mehr für zukunftsorientiert, ja, die haben mittlerweile nur noch 50% auf Öl, der Rest ist auch schon erneuerbare Energien, Gas spezialisieren sie sich und die gehen auch in Richtung erneuerbare Energien, haben auch eine sehr gute Dividendenrendite, ich glaube derzeit zwischen 6-7% sowas in den Dreh und deswegen einfach für Einkommensinvestoren ist Shell einfach für mich, ja, gehört einfach dazu und deswegen ist sie auch in meinem Top 11 drin. Dann haben wir Johnson & Johnson Pharmaunternehmen, auch einfach um die Branche abzudecken, habe ich Johnson & Johnson mit reingenommen, haben wir auch sehr viele Produkte im Gebrauch, zum Beispiel BB für die Haut oder für die Babys, also auch viele Sachen, was alltäglich gebraucht wird bei Johnson & Johnson und deswegen ein Unternehmen, was riesig, riesig ist, ist auf jeden Fall auch in meinem Top 11. Dann haben wir einen Chinesen, Tencent, auch jetzt mit der Spielebranche sehr weit, Tencent auch allgemein, einfach mal auch den Emerging Markets mitzunehmen, finde ich. Tencent neben Alibaba die Top-Werte aus China und ich habe mich einfach für Tencent entschieden, ich habe auch Tencent in meinem Depot viel, viel höher gewidmet als Alibaba, weil ich von Tencent einfach mehr überzeugt bin. Zudem zahlen sie auch eine ganz kleine Dividende, aber die ist kaum zu berücksichtigen, ich glaube 0,3% oder sowas. Ja, ein anderer Konkurrent von Tencent wäre zum Beispiel Activision Blizzard, aber ich habe immer einfach für Tencent entschieden, weil es aus China und ein sehr interessantes Unternehmen, was auch sehr viel Potenzial nach oben noch hat, wie ich finde. So, dann einer meiner Top-Favoriten, das wird auch bei meinen Kindern bespart monatlich, Berkshire Hathaway von Warren Buffett, ein absolutes Must-Have für mich, für mein Depot, für meine Kinder. Deswegen habe ich da auch zum Beispiel Apple drin, ich habe da Bank of America drin, bei Berkshire Hathaway, dann auch bei Coca-Cola oder Wells Fargo. Das sind halt die Top-4 Positionen bei Berkshire Hathaway von Warren Buffett. Damit bin ich nochmal weiter gestreut mit Berkshire Hathaway. Deswegen habe ich, sonst wenn ich Berkshire Hathaway nicht hätte, würde ich Apple auf jeden Fall auch zu meinen Top-11 zählen. Aber da ich Berkshire Hathaway als öfteres Unternehmen reinnehme, oder zumindest ist es mein Top-3, also Berkshire Hathaway gehört bei mir die Nummer 1. Und dann Unilever, da sind die wirklich die Top-2, auf die ich nicht verzichten würde. Microsoft oder McDonalds wären halt so meine Top-3. Ja, also wie gesagt, Berkshire Hathaway gehört auch dazu, ist kein Dividendzahler. Der einzige von diesen 11, man kann sagen, Tencent, die auch nicht wirklich mit 0,3% der Wienerrendite, kann man sagen, ja, ist gewollt, aber nicht gekonnt, so quasi. Also eher ein Wachstumswert, Tencent, dennoch ein absoluter Top-Pavorit bei mir und gehört meiner Meinung nach in mein Depot auf jeden Fall. So, also, wir haben jetzt 11 Unternehmen, die ich ja als Top-11 bezeichne von mir. Diese 11 würde ich auf jeden Fall nehmen oder mich begrenzen, wenn ich mich entscheiden müsste, welche 11 ich ins Depot legen würde. So, McDonalds, Henkel, PepsiCo, Microsoft, Procter & Gamble, 3M, Unilever, Shell, Johnson & Johnson, Tencent und absolut Nummer 1 bei mir, Berkshire Hathaway. So, ja, dann war es das für dieses Video. Recht kurz, aber knackig, alles damit gesagt. Ich denke mal, damit habe ich die meisten Fragen beantwortet. Jetzt kennt ihr meine, quasi meine Top-3 bis Top-11. Ja, ich denke auch, die meisten, ja, ich denke, dass es gerade diese 11 Unternehmen sind sogar, ja, sparplanfähig. Mal, also am Rande als Hinweis, diesen, sparplanfähig, genau, alle 11, das kommt noch dazu. Also, passt alles wunderbar. Ja, dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen und hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.